Die kleine Stommi hat nicht nur Külir Jenas Leben auf den Kopf gestellt. Anfang Februar kam Tochter auf die Welt und machte sie damit zur jüngsten Mama des Kardashian-Jenak-Clans. Doch die Maku-Unternehmerin ist nicht das einzige Mitglied der berühmten Familie, das sich an diese neue Rolle gewöhnen muss. Külis Schwester Kendall, 22, kann sich erst langsam mit dem Gedanken anfreunden. In einem Interview mit Elle sprach Kendall zum ersten Mal über die neue Situation, es ist offensichtlich ein bisschen merkwürdig, dass deine jüngere Schwester vor dir ein Kind bekommen hat. Ich habe nicht erwartet, dass das passiert, aber es ist wunderschön. Die Geschwister trennen zwei Jahre und die 20-jährige Külir hatte ihrer ältere Schwester zumindest in Sachen Familienplanung einiges voraus. Die Geburt von Baby-Stommi habe das Verhältnis der beiden Models positiv verändert. Wir standen uns schon immer sehr nah, aber wir haben uns die ganze Zeit die Köpfe eingeschlagen. Das, die Geburt, Anmerkung. Red, hat sie dazu gebracht, mich ein bisschen mehr zu lieben, plauderte Kendall weiter aus. Tag, bis zum ersten Mal. Tag, bis zum ersten Mal. Am Ende. Tag, Dürfen hearts. Jetzt schculos Tylkes. Tag, Dürfen. turtles Curry general? Bis zum nächsten Mal.